Leute, wisst ihr, wann ich heute Morgen aufgestanden bin? Viel zu früh, um 4 Uhr ging der Wecker und das ist wirklich nicht meine Zeit. Aber es hat sich gelohnt. Und zwar habe ich mir das Galaxy Note 9 angeschaut und was soll ich sagen, geiles Gerät. Aber seht's selbst. Smartphone-Port. Na, ich hab's doch gesagt. Sieht geil aus, oder? Und damit starten wir auch gleich direkt in das Hands-On und beginnen mit dem Teil, der eigentlich die Note-Reihe so richtig ausmacht. Und zwar der S-Pen mit seinen Stiftfunktionen. Da hat Samsung jetzt nochmal das ein oder andere Feature gebracht, die den Stift wirklich sinnvoll machen. Und zwar nicht nur für Business-Kunden, sondern auch für Privatanwender. Der S-Pen unterstützt jetzt Bluetooth und ist direkt mit dem Note 9 verbunden. Und wenn ich jetzt fragen würde, wie wird denn das Ding geladen? Weil ich meine, das braucht ja Akku für die Verbindung und sowas. Per Induktion wird der Stift im Smartphone direkt aufgeladen. Und es dauert auch noch 40 Sekunden, bis das Ding wieder komplett geladen ist. Und für 30 Minuten ist das dann einsatzbereit. Ihr könnt den S-Pen dann zum Beispiel als Klicker benutzen, wenn ihr gerade eine Powerpoint-Präsentation haltet, um die Slides weiterzuwischen oder auch wieder zurückzugehen. Ihr könnt den S-Pen aber auch als Fernauslöser für die Kamera benutzen. Das heißt, ihr drückt einmal lange auf den Knopf vom S-Pen, dann startet die Kamera. Wenn ihr einmal drückt, macht ihr ein Foto. Und zweimal drücken, heißt, ihr wechselt die Kamera. Das heißt, von der Frontkamera zur Hauptkamera und genauso wieder andersrum. Ihr könnt in den Einstellungen aber auch noch genau bestimmen, welche App startet, wenn ihr lange draufdrückt. Und welche Aktionen in diesen Apps dann stattfinden sollen, wenn ihr einmal drückt oder halt auch zweimal. Und natürlich sind auch die ganzen weiteren S-Pen-Funktionen integriert, die ihr schon vom Note 8 und Note 7 und so weiter kennt, wie zum Beispiel die Notizfunktion. Gerade diese Fernbedienungsfunktionen mit dem S-Pen finde ich ziemlich cool. Ich habe privat auch schon einige Note-Modelle benutzt, habe aber maximal Notizen damit gemacht. Mir war es immer zu aufwendig, den Stift rauszuholen. Aber wir haben von Samsung gehört, der S-Pen ist wirklich die Kaufentscheidung Nummer 1 überhaupt für ein Note-Modell. Das heißt, ihr nutzt den Stift wahrscheinlich viel mehr als ich. Und gerade für Business-Kunden ist das natürlich halt essentiell, wenn sie ein Meeting sitzen und Notizen auf dem Smartphone machen. Aber mit der Fernbedienungsfunktion sehr cool. Ach und fast zu vergessen, der S-Pen bei der blauen Farbversion vom Galaxy Note 9 ist gelb und bei der schwarzen Farbvariante schwarz. Und entsprechend ist auch die Schriftfarbe, wenn ihr auf dem Always-On-Screen schreibt, gelb beim gelben Stift und ja nicht schwarz beim schwarzen Stift, sondern eher so ein grau, weil schwarz auf schwarz, das funktioniert nicht so gut. Die Dual-Kamera des Galaxy Note 9 ist die gleiche, die auch im S9 Plus sitzt, also mit der variablen Blende, aber vertikal verbaut und nicht horizontal wie beim Galaxy S9 Plus. Und die war ja beim S9 Plus schon ziemlich gut, aber nicht perfekt, wie wir ja auch in unserem Kamervergleich schon festgestellt haben. Da hat das P20 Pro nochmal ein bisschen mehr rausgeholt, aber das findet ihr nochmal hier oben in der Infokarte, da findet ihr den ganzen Vergleich. Und deswegen hat Samsung zumindest an der Software nochmal ein bisschen gearbeitet und eine gewisse Intelligenz integriert. Samsung spricht aber nicht von einer künstlichen Intelligenz, sondern es ist eher eine Motiverkennung. Wenn ihr beispielsweise ein Foto macht, erkennt die Kamera automatisch, was ihr fotografiert, beispielsweise eine Pflanze, ein Porträt oder auch ein Landschaftsfoto und stellt entsprechend die Kameraeinstellungen ein. Und bei der Selfie-Kamera analysiert die Software sofort das Foto, das ihr gerade geknipst habt, um euch zu sagen, ob ihr etwa geblinzelt habt oder ob eine gewisse Unschärfe im Bild ist, weil ihr gewackelt habt. Das ist auf jeden Fall ziemlich praktisch, weil es auch sehr schnell funktioniert, aber leider nur bei der Selfie-Kamera, weil es bei der Hauptkamera halt nicht so gut funktioniert. Wenn jetzt beispielsweise die Person viel zu weit weg steht, kann sie halt nicht erkennen, ob die Augen zu sind. Ansonsten hat das Galaxy Note 9 eigentlich alles, was halt ein Handy so hat. Display, Akku, alles da. Und das Display ist wie von Samsung gewohnt, extrem scharf, kontrastreich und die Farben sind mega knackig. Das AMOLED-Display ist übrigens 6,4 Zoll groß und zeigt Inhalte in QHD-Plus-Auflösung an. Richtig gut gefällt mir vor allem das Design, das habt ihr eben schon im Porn gesehen, richtig nice. Mir gefällt vor allem dieses kantigere Design gegenüber dem S9 Plus, das gab es ja auch schon beim Note 8. Und auch, dass Samsung wieder Glas verwendet, finde ich ziemlich nice. Es fühlt sich einfach sehr, sehr angenehm in der Hand an und das Smartphone liegt allgemein gut in der Hand, weil auch gerade die Seiten wieder so schön abgerundet sind, das Smartphone ist relativ schmal und passt einfach perfekt in meine Hand. Das macht Samsung wirklich gut, gerade diese Qualität vom Gehäuse. Die Gehäusefarben schwarz und blau habt ihr eben schon beiläufig gesehen, als ich die ganzen S-Band-Funktionen gezeigt habe. Mir persönlich gefällt vor allem blau ziemlich gut, weil das so schön spiegelt. Im Galaxy Note 9 steckt die gleiche Oculus Core CPU wie im S9 Plus, also Exynos 9810 mit 4x2,7 und 4x1,7 GHz. Auch ist der Arbeitsspeicher mit 6 GB identisch zum S9 Plus, zumindest bei der Standardversion mit 128 GB internem Speicher. Es gibt aber auch einen noch größeren Speicher und zwar 512 GB intern und die Version hat dann 8 GB RAM. Zusätzlich könnt ihr auch noch eine Micro-SD-Karte einsetzen mit maximal 512 GB, das heißt ihr habt in der großen Version ganze 1 TB Speicher. Da passt jede Menge Zeug drauf. Mit an Bord ist auch noch Gigabit LTE, also LTE-Kart 18 mit 1,2 GB pro Sekunde im Download. Bluetooth 5.0 ist mit dabei, NFC, also eigentlich alles, was ihr so von einem Top-Smartphone erwarten könnt. Auf der Frontseite habt ihr außerdem noch Stereo-Lautsprecher wie beim S9 Plus und die waren ja im Vergleich zum S8 schon deutlich besser, also vom Klang her. Dann gibt es noch einen Akku mit 4000 mAh Akku, also deutlich größer als beim Note 8 mit 3300 mAh. Und da bin ich echt mal gespannt. Ich nutze privat einen Huawei P20 Pro, hat ebenfalls 4000 mAh der Akku. Und da hält der Akku bei mir ungefähr bis zum nächsten Vormittag und genau diese Laufzeit erwarte ich auch vom Galaxy Note 9. Als Betriebssystem setzt Samsung hier auf Android 8.1, noch nicht auf Android 9 Pie. Das kommt dann ein bisschen später, wann genau weiß ich nicht, aber sollte eigentlich zeitnah so sein. Außerdem gibt es weiterhin die Dockingstation Dex, mit der ihr das Smartphone einfach über so einen Teil an den Monitor anschließen könnt und dann sozusagen als PC nutzen könnt. Da gibt es jetzt eine Neuerung und zwar gibt es so einen kleinen Kabeladapter, das Smartphone direkt anstecken, großer Monitor und hat PC-Funktionen, aber mit eingeschränkter Funktion. Kommen wir zu meinem ersten Eindruck. Ganz ehrlich, was soll man an so einem Gerät schlecht finden? Ich meine, Samsung hat in das Note 9 alles so reingestoppt, was gerade so für Smartphones verfügbar ist und das macht das Gerät eben so gut. Man kann jetzt vielleicht noch kritisieren, dass Samsung an der Kamera-Hardware jetzt nicht so viel gemacht hat, beziehungsweise gar nichts, sowohl auf der Frontseite wie auch bei der Hauptkamera. Aber mit der Software hat da Samsung ja ein bisschen rumgespielt und beim S9 Plus war die Kamera ja oder ist die Kamera ja auch schon echt gut. Und an Bord sind jetzt auch die neuen S-Pen-Funktionen, die mit Bluetooth auch richtig Sinn machen. Ja, was soll man sonst noch sagen? Ich meine, ihr habt gesehen, das Smartphone sieht gut aus, es ist alles mit dabei, selbst eine Kopfhörerbuchse ist weiterhin an Bord. Das ist doch schon mal was. Das Galaxy Note 9 kostet in der Standardversion mit 128 GB Speicher 999 Euro und mit 512 GB 1.249 Euro. Ja, das ist eine Menge Holz. Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist alles drin. Ein iPhone X kostet mittlerweile auch fast so viel. Aber trotzdem, man muss sich wirklich überlegen, muss man so viel Geld für ein Smartphone ausgeben? Aber wie seht ihr das denn? Würdet ihr so viel Geld für ein Smartphone ausgeben? Falls ja, könnt ihr es ab sofort vorbestellen. Bis zum 23. August läuft die Vorbestellphase. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.